Und zurück zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, wie versprochen machen wir heute mit der Quest weiter Finde den Saboteur. Schauen wir mal, ob wir die Quest auch lösen können. Und wir kriegen natürlich einen Haufen neue Söldneraufträge jetzt, weil wir sind jetzt Söldnerstufe 2, Leute. Da wollen wir doch gleich mal schauen, ob wir nicht gleich eine Truppe wegschicken können. Wir haben überall neue Aufträge. Agentum, was haben wir denn da? Herbe Verluste, was ist denn das? Komm, wir fangen hier mal an. Menschenform. Genau, dann geht mal los. Macht mal was für euer Geld, Mensch. Entstanden. Können wir jetzt noch einen machen? Vielleicht, weil wir Söldnerstufe 2 sind? Geht das? Ja, wir können sogar zwei jetzt losschicken. Männlich. Eins. Und zwei. Dann geht wieder mal los. So, aber noch was geht nicht, oder? Okay, alleine sind wir unterwegs. Wir können jetzt praktisch in der Stufe 2, können wir... Können wir auch zwei Einheiten losschicken. Sehr schön. Dann geht jetzt auch ein bisschen schneller, die ganze Geschichte hier. So, okay. Dann werden wir doch mal schauen, ob wir jetzt hier... ...die Quest lösen können. Gehen wir auf Schnellreise. Und schau mal... Ah, da unten. Schauen wir doch mal, ob wir die machen können. So, wir müssen auf jeden Fall runde. Schwung mal hier runter. Stachel-Uninens in Uriah. Stachel-Uninens. Hä? Zweiundfünfzig Meter. Zweiundfünfzig Meter. Okay, sind auf dem Plattform anscheinend. Oh, die sind wirklich da oben. Oh, die sind wirklich da oben. Wieder schlecht hinkommen. Da ist einer. Boah, sag ich nicht, ich komme jetzt hier nirgends so hoch. Okay, oder? Ich komme jetzt hier gar nicht hoch, oder was? Boah, Stufe 72. Ah, hier kommen wir hoch. Okay, dann schoppen wir uns den mal. Okay, dann schoppen wir uns den mal. Okay. Oh, ich würde mich nehmen. Ja. Ja. Ich bin jetzt. Kann ich sie jetzt wechseln, unseren Kampf? Ah, alles klar. Okay, verstehe. Okay, verstehe. Okay, verstehe. Okay, dann haben wir einen. Okay, das könnte vielleicht hier sein. Boah, Stufe 38. Da oben ist er. Okay. 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 Ich muss unbedingt mal die Kling wechseln hier, wenn der Rocker die erste da ist. Ich muss unbedingt mal die Klinge sein, wenn die Klinge sein, wenn die Klinge sein. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Okay. 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 Komm raus, komm raus! Du bist alles meine. Okay, hier war jetzt nichts besonderes. Okay, Kobaltklippen. Kobaltklippen. Hier sind wir richtig. Wir sind gekommen. Wo gehen wir von hier? Okay. 100 Midi. Dann hat das Lagerfeuer. Da sind sie auch schon. Rax ist spät dran. Hm, nur ihr beiden? Atom hatte vorlauteste Klappe, aber jetzt nicht da. Erst faselt er, wie wir am meisten ausrichten können und dann taucht er einfach nicht auf. Na gut, sollen wir ein bisschen quatschen, während wir auf ihn warten? Hm. Rex kann so viel quatschen, wie Rex will. Reizende Gesellschaft. Okay. Spür mit Judith im Lager auf dem Kobach und Uriah. Tachin, wie ist es? Mann, das nervt echt. Und jetzt lauerst du mich auch noch zu. Ich hätte diese Mission gar nicht annehmen sollen. Was treibt dieser Adiana-Misskerl nur so lange? Ich will nach Hause. Hallöchen, wie läuft's? Unu? Wie lief bei dir die Monsterjagd? Damit er hat drei Monster verhauen und war schwuppi-wuppi hier. Alle anderen verspätet. Gruppe fehlt Gefühl für Verantwortung gegenüber Gruppe. Ich bin der Letzte. Allerdings, sie sind vor langer Weile hier fast krepiert. Naja, so schön. Schlimm war es jetzt. Fünf Monster platt zu machen hätte länger gedauert als angenommen. Fünf sind zwei zu viel. Atem ignoriert einfach Missionen. Die sind plötzlich vor mir aufgetaucht. Da konnte ich sie ja wohl kaum ignorieren. Puh, da bin ich aber erleichtert. Was meinst du? Naja, meine Waffe hat Ärger gemacht. Deshalb konnte ich nur eins von den Viechern erledigen. Oh, interessant. Warum hat Judith bis jetzt verschwiegen? Sie hat offenbar vorgezogen, hier vor langer Weile zu krepieren, während andere ihre Arbeit machen. Ach, lass mich in Ruhe. Wie hat sich überhaupt diesen Blödsinn mit genau 12 Monstern ausgedacht? Warum nicht 11 oder 13? Jetzt beruhigt euch doch bitte mal. Was bringt es denn, sich über solche Sachen zu streiten? Weil Atem mehr erwischt hat als geplant, haben wir die Mission doch zu einem guten Ende gebracht. Niemand sagt, was... Niemand sagt, was und alle machen ein eigenes Ding. Das ist Problem. Auf jeden Fall ist die Mission ja abgeschlossen. Gehen wir Bericht erstatten. Wir treffen uns einfach da, ja? Okay. Nichts dagegen. Was aber... Ach, wenn ihr wollt, so kann ich sie schlecht im Auge behalten. Okay. Spricht mit Rolovo? Wir sind hier! Äh... Lasst uns gehen! Was ist vorgefallen? Jetzt wurden Stachel Unins hier beim Dorf gesichtet. Das ist schlimm. Noch viel schlimmer, als wenn man mühsam einen Schatz birgt und dann nur ein Grepp drin ist. Eines muss man den Bergung stauchen lassen. Sie wissen stets ihre aufrichtigen Gefühle in Worte zu fassen. Entweder ihr habt nicht genug besiegt, oder es waren mehr als wir dachten. Könnt ihr euch erneut darum kümmern? Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Vielen Dank. Um die Hintergründe können wir uns später kümmern. Erstmal müsst ihr die Monster zur Strecke bringen. Okay. Dann machen wir die doch schnell. Blaustufen haben. Oh, da kommen wir doch wieder jetzt nicht hin. Okay, dann müssen wir mal hier lang gehen. Dann weiß ich jetzt schon wieder, dass wir da nicht hinkommen. Jetzt war es schon mal irgendwie so eine blöde Quest. Wo ich nicht wusste, wo ich lang musste. Das ist die blöde Stelle hier. 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 Blaustufengraben in Uriah. Genau. Mein Job ist der Bedeut! Pferde hier. Und dann? Komm raus, komm raus! Ich liebe Fisch. Er ist so schienig und süß! Okay, wir brauchen ein Eis-Element. Eis-Element, das müssen wir hinkriegen. Charaktere... Dann müssen wir erstmal schauen, wer das jetzt eingesetzt hat. Kyra... ...und Meister, okay. Die hat doch eigentlich Eis. Sie hat doch eigentlich Eis. Sie sieht doch... ...und genau? Sie können auf mich. Racho! Das war's für heute. So, jetzt kommen wir hier aber nicht weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, da sind sie. Stufe 38. Und das haben wir im Rennen. Dann würde ich ihm gerne nochmal was mit Wut geben. Dann würde ich ihm gerne mal was mit Wut geben. Dann würde ich ihm gerne mal was mit Wut geben. Das hier. Gut, dann probieren wir es mal. Drei Gegner, das wird nicht leicht. 38, oh mein Gott. Okay, bring it up. 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 Ja, du mein Heilung. Was ist das? Morag auch schon wieder daumen. Was ist denn der? Ich kann dir nicht aufhelfen, was ist denn da los? Warum hier? Ich kann dir nicht aufhelfen, was ist denn da los? Ich kann dir nicht aufhelfen. Ich kann dir nicht aufhelfen.